ARD Text im Auftrag von Funk Wo man ihr Gesicht sieht Und nicht ihr Ding Gibt es auch Technik mal 3? Ich glaube schon, aber nur für ganz spezielle Sachen Oh, wir haben 1, 2, 4, 9, 4, 0 Punkte Willkommen zurück Oh, danke schön fürs Zurück Er sagt immer das gleiche Oh, schau Die Pokéflöte Jetzt haben wir alles, was wir brauchen Aber jetzt haben wir alles zur Verfügung Aber uns fehlt immer noch ein Level Ja, warte Chill ein bisschen Ich mach das schon In dem gibt es dann alles Mew, Mew 2, Mew 3, Mew 4, Mew 5 Mew 2 Ich kann ja relaxen dann endlich Zu spät Zu spät ist er der Herr Ich bin nicht zu spät Zu spät ist er Ich bin für nichts zu spät Das Bild an der Wand Hm? Das Bild Ups So Come on Move it Move it Pikachu, move it Move it Move it, please Ich mach jetzt schon mal ein Foto Oh, Zaptos Das ist so schön Wenn man Fotos machen, wie irgendwas Das ist das geilste, wenn du irgendwas Das ist auch immer die Antwort auf alle Probleme Wenn du einfach irgendwelche Tiere deine Scheiße erledigen lässt Oh ja, genau Shit, 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 shit Komm, komm, komm Move it Move it Move it Also, du musst dir beide Dinge, äh, drücken lassen, oder was? Wofit, du got the asshole. Wofit. Was ist das andere da? Geht schon, geht, bewegt dich. You like it? You do- aah! Das hinten geht wieder weg. Wurscht. Oh. Pinsier. Pinsier. Boah, das hab ich schon lange nicht mehr. Irgendwie. Gut, das hab ich auch nie gefangen. Es hat gerade Pokémon gegeben, die ich wirklich nie gewollt habe, bis auf die ein-, zweimal. Ja, das Ding ist ja, dass Stichur und Pinsier sind ja die zwei konträren zueinander in den zwei verschiedenen Editionen sozusagen. Ach so? Ja. Das sind ... Warum ... Warum gehst du das nicht ... Schill, du Pisser! Ach egal. Dann halt nicht. Ich schrei ein bisschen. Dann halt nicht. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ich kann damit leben. Die Gwen fußelt mit mir. Oh. Oh. Ganz, ganz zärtlich. Ich kann damit leben. Ist okay. Wenn's nicht will. Hast du 19 Bilder gemacht. Oh, das erste gleich. Ja. Auf dem anderen ist er nicht gut drauf. Oh, das ist oben. Hör mal das? Ja, ja. Perfekte Pose. Na? Ich würd das nehmen, ja. Okay. Da ist es nämlich schön mittiger drauf. Bei der Rest kannst du dir kacken gehen. Kein Problem. Damit kann ich leben. Wie kannst du kacken gehen hier? Wichtig ist nur, dass wir unser Zeichen kriegen. Elektrik. Das war auch bei den ersten 150? Ja. In dem Spiel gibt's nur die ersten 151. Rund 51 ist voll. Da gab's noch keine anderen Generations. Sehr gut. Wunderful. So. Wie viele Arten gibt's in dem Spiel? Boah, keine Ahnung. Ich glaub 60 oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Sie leben magically alle auf derselben Insel. Magically? Das ist nämlich so eine magische Insel, die hat alle Truppengebiete. Nö. Was ist der Dreck? Was ist der Dreck? Ah, was war das? Ein Zeichen. Oh, und was machst du jetzt? Machst du deine Herde draus? Mhm. Perfekt. Perfekt. Mhm. So ein Glumanderherde auch, oder? Ich probier's zumindest, ja. Wie viele gibt's da? Drei? Wir haben jetzt nicht bewusst. Oh. 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 Ah so lässt man dich nämlich so richtig schön zusammen treiben. Hast du nicht gemacht? Weil, weil du nicht so... nicht so klug bist. Bin ich zu Kai, Luca. Bist nicht zu Intilent. Was passiert da jetzt? Ooooooh. Das war auch immer schon ein geiles Pokémon. Jetzt geht's. Egal. Come on, come on, come on. Move it, move it, move it. Ich brauche ein gutes Gluretbild. Ich glaube es muss ganz drauf sein, oder? Ah. Ja, es wird auf jeden Fall besser sein als das, was wir vorher gemacht haben. Glaubst? Ja, ich glaube schon. Das war richtig schlecht, das vorige. Das hat dann überhaupt nichts bewertet. Auch wenn es so cool ausgeschlagen hat. Ja. Ja. Ja gut, er ist ein Wissenschaftler, er ist kein echter Fotograf. Ich sage, er ist einfach kein Künstler. Er ist einfach kein Künstler. Was soll man sagen? Gut, welches von den Fotos war das? Das da, gell? Das letzte, das, ja. Das muss sich alle freuen. Oh, der ist super. Süß. Und Dr. Süß. Ja, nehmen wir das. Es ist eh so wurscht. Nehmen wir das, genau. Perfekt. Das sieht gut aus. Ja, das ist ein super Foto. Die Pose ist die Siegerpose. Ja, nehmen wir das. Sehr schön. Es schaut ein bisschen aus wie ein Dinosaurier. Woran das wohl nicht? No shit, Brox. Na warte. Now I shit. Ich nehme nicht das. Ich nehme das von ein bisschen weiter weg. Dann ist es vielleicht besser. Okay, schauen wir mal. Und getcha. Come on. Come on. Come on, Eich. Mr. Eichel, zeig uns was du kannst. Beziehungsweise zeig uns was wir können. Er ist drin nicht zu übern Eichinger. Hier ist drin nicht zu übern Eichinger. Das ist wieder cool. Oh, das ist nicht gut. Oh, viel besser. Bam. Ich werde den Foto schnell mal mehr sehen. Oh, ich bin der Kripsvogel. Ich bin der Mächtige. Der Kripsvogel in Todes-Auf-Dum. Mit Flammen und shit. Todes-Auf-Dum und Verderben. Mit Flammen und shit. Nein, oder? Doch, ja. Natürlich, krieg ich immer mehr. Ja, weil einfach Quantität zählt für ihn einfach mehr als Qualität. Jetzt wissen wir, was noch für einer ist. So einer von den ganz Speziellen? Und er so, einer von den Patienten. Ja, einer von den Patienten. Ah, das ist auf jeden Fall besser, sehr gut. Ja, es ist schön, schön viel vorne. Schön groß. Even 3000 Punkte. Gib ihm! Schon mal besser, perfekt. Sehr gut. Sehr gut. Perfekt. So, das nächste Mal bei Couch Snoops geht's ab, denn dann sind wir schon ganz kurz vorm Ende. Ciao Baba. Ciao Baba. Ich mach die Uhr. Ja. Willkommen zurück. Soll ich starten? Ja. Soll ich starten? Soll ich starten? Okay. Okay. Oh. Okay.